guten morgen heute mal ganz ganz früh ihr kommt erst mal rein nachdem ja die letzten vlogs so gut angekommen sind dachte ich drehe heute für euch mal ganz professionell den ganzen tag sozusagen day in the life of max matzen wie ihr meinem gesicht entnehmen könnt ja nähern wir uns der finalen phase der diät wir haben es jetzt momentan noch vier wochen bis zu meinem ersten wettkampf mit dem tobi in alicante in spanien und ich muss sagen der größte unterschied zu den letzten videos ist momentan mein energie level bis jetzt ging es mir in der diät die ganze zeit richtig richtig gut das hat sich jetzt langsam geändert ich bin todeslethargisch wirklich richtig richtig müde muss mich zu einem durchringen aber wir nehmen euch heute einfach mal mit und ich zeige euch mal wie jetzt die letzten vier wochen diät bei mir aussehen ich habe mich heute morgen natürlich nach dem aufstehen direkt gewogen absolutes tiefstgewicht in der diät es sind 116,8 kg das gewicht ist von gestern auf heute noch mal ein kilo gesunken das ist auch nicht übermäßig verwunderlich denn die letzten drei tage gab es eigentlich keinerlei kohlenhydrate also jetzt muss noch mal wirklich das letzte bisschen an fett was noch so am rücken und am arsch klebt runtergerockt werden dementsprechend geht es jetzt auch ins cardio training da hat sich bei mir nicht viel geändert morgens alle subs sind ja nahezu identisch geblieben auch die subs die euch besonders interessieren also johin bean klein t4 ist alles beim selben geblieben es sind auch immer noch 45 minuten cardio die größte änderung ist wie gesagt momentan die ernährung ich bin gestern war ich nur bei 2300 kalorien das ist normalerweise mein frühstück in der offseason momentan handhaben wir das ganze so jeden morgen nach dem cardio training mache ich fotos für meinen coach schickt die rum und warte dann ab was ich den tag über essen soll ich hoffe heute gibt es ein paar mehr kohlenhydrate ich denke es werden allerdings nicht mehr kohlenhydrate eine sache hat sich doch noch geändert und zwar gibt es morgens kaffee bei mir ich bin normalerweise überhaupt nicht so der kaffeetrinker aber irgendwann in der diät ist es dann soweit dann gibt es auch für mich morgens kaffee das ist mal so ein bisschen meinen süßigkeiten ersatz fragt mich nicht wieso vor allem überfluss war ich gestern abend auch noch das erste mal seit monaten im kino und habe den neuen avengers teil gesehen also kein kein spoiler hier aber irgendwie gegen dieser film vier stunden ich war fünf stunden lang im kino dementsprechend ging es gestern relativ spät ins bett kurz sachen packen und dann ab zum cardio die wettkämpfer unter euch kennen das bestimmt irgendwann hat man ein bisschen langweile in der diät und fängt an wahllos irgendwelche dinge zu kaufen ich weiß ganz genau in der letzten diät habe ich mir zwei playstation gekauft und paar schuhe und klamotten und so jetzt haben wir ein bisschen das nächste level erreicht ich habe mir ein neues auto gekauft und dementsprechend gleich noch ein bisschen zubehör dazu was ich fahre es ist auf jeden fall etwas größer geworden und das seht ihr jetzt jetzt haben wir auf jeden fall genug platz hier im auto und ich kann auch mal jemanden mitnehmen und warum ich mir das auto zugelegt habe das ist die perfekte influenza karre erfährt nämlich alleine mit spurhalteassistenten distronic sprich man kann die ganze zeit sein handy in der hand haben und für euch stories machen meine finger sind so eiskalt das könnt ihr euch nicht vorstellen das auf ein diät zeichen am wochenende war die deutsche meisterschaft und als ich abends zu hause war habe ich mit zwei decken gepennt und heizung an und ich habe die ganze nacht gefroren kopf auf welt aus und ab geht's 45 minuten cardio erledigt ich bin auch erledigt ab nach hause vorm check frühstücken 45 minuten eine kleine form zu machen ich bin kurz auch abgedreht und ich habe eben schon mit ihm Rücksprache gehalten, anhand des Gewichtes gibt es heute ein paar Kohlenhydrate, Medium Carbs, nicht viel so um die 200 Gramm, aber das stimmt mich auf jeden Fall etwas besser. Zwei Laugenbrötchen, heute gibt es mal vier Laugenbrötchen, der Kameramann kriegt auch was. Jetzt gibt es zum Frühstück vier ganze Eier, 300 Gramm Eiklar und zwei Laugenbrötchen, bei mir momentan 12 Gramm Salz am Tag. Apfelessig, warum Apfelessig? Es hält euren Blutzuckerspiegel stabil, es wirkt entzündungshemmend und da sind Enzyme mit enthalten, die auch bei der Verdauung helfen. Und das ist auch schon das Stichwort, Enzyme, Eat Better, gerade vor den großen Mahlzeiten, zwei Kapseln Cheat Smarter und von NowFoods benutze ich momentan das Beta-In. Vitamin D, wie ihr aus dem letzten Video kennt, meine Migränehilfe, Cholin-Inositol, da kam jetzt noch was mit dazu, Alpha-GPC, auch eine Cholin-Quelle. Hilft mir wirklich, ich habe die ganze Vorbereitung noch nicht einmal Migräne gehabt, Premiere für mich. Dann Ubiquinol, mir ist mein Q10 ausgegangen, beziehungsweise es war ausverkauft bei Gigas, deswegen hier Ubiquinol als Alternative, da braucht ihr nicht ganz so viel von. Ist deutlich teurer allerdings, hat aber eine höhere Bio-Verfügbarkeit. 250 Milligramm L-Dopa, Joint Sissos-Komplex für die Gelenke, Curcumin, 500 Milligramm, auch ein sehr geiles Produkt für alle Leute, die Blutdruckprobleme haben oder keine haben möchten. Aged Garlic, also Knoblauch-Extrakt, das absolut beste Multivitamin-Präparat, das es gibt, damit das Ganze auch vernünftig aufgenommen wird, weil das meiste doch fettlösliche Vitamine sind, gibt es dazu 1, 2, 3 Gramm Omega-3s und, weil wir in der Diät sind, noch zwei Kapseln Asphangander und Nekrotisol-Spiegel. Niedrig zu halten. Erste Mahlzeit, 4 Eier, 300 Gramm Eiklar, 2 Laugenbrötchen und momentan gibt es morgens immer noch Ketchup. An dieser Stelle blenden wir mal ein bisschen Max-10-Werbung ein und für alle da draußen, die jetzt neu auf YouTube folgen und mir nicht auf Instagram folgen, tut das doch bitte. Ich finde, Instagram ist das Medium, wo man viel dichter an den Leuten dran ist, also auch da könnt ihr mir schreiben und die Wahrscheinlichkeit, dass ich euch direkt zurückschreibe, ist deutlich höher als hier auf YouTube. Das Ganze ist viel persönlicher, deswegen ruhig mal beide Social-Media-Kanäle abonnieren. Ich lasse es mir jetzt erstmal schmecken und dann geht es auch schon weiter. Dann wird gearbeitet, wir gehen noch einkaufen in die Metro und, 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 und. So, der Großteil der Mails für heute ist auch schon beantwortet. Jetzt habe ich noch, ja, 10 ungelesene Mails-Updates, die werden dann heute Abend weiter beantwortet. Heute Abend stehen auch noch ein paar Skype-Gespräche an und für uns geht es jetzt erstmal einkaufen in die Metro. Ich zeige euch mal, wie so ein Tageseinkauf bei mir aussieht, was ich dafür alles brauche und was das nachher so kostet. Wir sind wie unschwer zu erkennen, an der Metro oder in der Metro, vor der Metro, wie auch immer gelandet. Also Großhandel, hier gibt es ein paar Dinge, die bekommt ihr im normalen Supermarkt nicht, unter anderem eiklar und zum Beispiel, was off-season relativ relevant ist, große Mengen Hüftsteak für schmales Geld. Das Geilste in der Metro ist eigentlich die Süßigkeitenabteilung und da gehen wir auch mal straight rein, die Versorgung nach dem Wettkampf sichern. Wie geil ist das denn bitte? KitKat Chunky Peanut Butter. Jetzt schon mal eingekauft, für nach dem Wettkampf, ganz wichtig. Wir machen mal einen ganz normalen Tageseinkauf. Mein Kühlschrank ist tatsächlich relativ gefüllt, aber ich zeige euch mal, was ich an einem Tag so brauche. So. Das ist bei mir 1,3 Kilo Eiklar am Tag. Das ist natürlich extrem praktisch, wenn man sich die Dinger in Tetrapaks zulegt, dann muss man nicht so viel Eier trennen. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Fleisch. Hier kaufe ich in der off-season normalerweise immer mein Rind, beziehungsweise meine Rinderhüfte oder Filet. 7, 8 Euro das Kilo Rinderhüfte. Rinder-Tata. Ich gucke meine Frau. Einmal Hähnchen, Meal Prep, das kommt auf den Grill. Chipotle Tabasco, mega lecker. Zusammen mit dem Heinz Tomaten Ketchup, 50% Zucker reduziert. Dann gibt es noch den Kitz Tomaten Ketchup, das ist exakt derselbe Ketchup, kostet aber ein Drittel mehr. Einfach, weil die Verpackung ein bisschen anders aussieht, also immer den nehmen. Mit der beste Jasmin-Reis, den ich kenne, schmeckt richtig lecker. Der Einkauf waren jetzt etwas über 80 Euro, das ist natürlich nicht verwunderlich, wegen der ganzen Süßigkeiten und ja quasi Fleisch, was ich im Bike gekauft habe. Das rechnen wir zu Hause mal auseinander, was mich denn tatsächlich so einen Tag Bodybuilding Ernährung momentan kostet. Und jetzt gibt es Meal Prep. 1,5 Kilo Hähnchen für heute und für morgen werden schon mal mariniert und gegrillt. Und wie ich das Ganze mache, zeige ich euch. Man, nicht wundern, wenn ich hier mal ein bisschen großflächiger was abschneide, das bekommt der Hund alles. Und jetzt kommt mein momentanes Spezialgewürz zum Einsatz. Jamaican Jerk von Gym Chef. Jetzt könnt ihr euch mit den Händen ein bisschen durchmatschen, das ist scheißegal. Das sind jetzt 140 Gramm Reis, da kommt jetzt ein bisschen mehr als das anderthalbfache an Wasser dazu. 1100 Gramm sind das und es sind sechs Mahlzeiten, das heißt 183 Gramm pro Mahlzeit. Ein kleiner Bodybuilding-Tipp, Scheren benutzen, um das Fleisch zu schneiden. Die Mahlzeit gibt es jetzt, das lassen wir abkühlen, dann wird das abgepackt, das ist das Fleisch für morgen. Ich lasse mir jetzt erstmal meine Mahlzeit schmecken. Ein Gabel dazu. Vorher natürlich noch einmal Enzyme und dann geht's los. So Leute, kleiner Zeitsprung. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Training. Die Pre-Workout-Mahlzeit, habt ihr vorhin sowieso schon gesehen, ist verhaftet worden. Ich habe eben einen kleinen Mittagsschlaf gemacht. Ich dachte, das muss man nicht filmen. Aber ich versuche das momentan jeden Tag zumindest einmal eine halbe Stunde noch ein kleines Schläfchen zu machen. Heute ist wieder ein Push-Training an der Reihe, sprich Brust, Schultern und Trizeps. Heute gibt es wie gesagt mal ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Ich hoffe, dass im Gegensatz zu gestern, da war das Training nämlich wirklich langsam etwas beschissen. Die Kraft geht nach unten und durch den Mangel an Kohlenhydraten und Glykogen in der Muskulatur ist auch einfach das Gefühl im Muskel leider nicht mehr so da. Gestern habe ich Rücken trainiert, zusammen mit Tobi, dem geht es auch momentan so. Man kriegt einfach deutlich schlechter einen Pump. Ich hoffe, die paar Carbs, die es heute bis jetzt gab, haben daran was geändert. Insulin ist auch wieder mit drin, 30 Gramm Vitago Intra-Workout und Schoko-Crispies Post-Workout. Wie gesagt, schauen wir einfach mal. Wenn nicht, ist auch nicht so wild. In den letzten drei Wochen wird es sowieso schwer noch Muskulatur aufzubauen. Das sollte inzwischen abgehakt sein. Aber man muss natürlich trotzdem bis zum Ende hin schwer trainieren und versuchen das Beste zu geben. Schwer und clever trainieren, damit man sich nicht noch was abreißt auf die letzten Meter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Führungź udtivana Erwachsen, 2017 M podr Professor interesting, dann würde ich kurz going. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe ab 20.30 Skype-Calls bis heute Abend 23 Uhr, muss dann noch Pläne schreiben, also mein ganz normaler Arbeitsalltag und dann gibt es noch die letzte Mahlzeit und ab ins Bett.